hey freunde was geht ab und zwar haben wir heute im test die volt cakebox noise kick wir haben hier zwei vergleitete batterien 30 mm die batterie sieht so aus sie ist auch noch mal auf dem extra brett kann man das so sehen das ist schlecht auf jeden fall noch mal auf dem extra brett kaliber 30 mm und die batterie hat schöne falling leaves drin silber blinker beziehungsweise grün blinker ich finde die box relativ gut für 50 euro wir können noch auf die NEM schauen wir haben hier eine NEM von netto pw ein kilo NEM 1000 gramm also wie gesagt eigentlich wie sagt ein kilo NEM das hat jetzt lange gedauert das rauszufinden wir schauen uns gleich mal draußen die volt noise kick an bis gleich so freunde wie versprochen jetzt hier für euch ganz allein die noise kickbox eine schöne verbund batterie und würde ich mal sagen let's go los geht's alter ist die fett also für 50 euro ja wir haben wir haben das war jetzt die neue kickbox für 50 euro absolut top kauft es euch wenn ihr so bekommt also ich würde mich freuen wenn es euch gefallen hat lasst mal ein abo da einen kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten video macht's gut abonni 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017